Wow, das macht so viel Spaß! Oh nein, sieht aus, als wäre dem Kleinen kalt! Oh nein, sieht aus, als wäre dem Kleinen kalt! Der Kleine braucht einen Schal und eine Mütze, ich glaube Massimo hat welche, die können wir auf dem Weg mitnehmen! Oh nein, Super Truck, stopp! Du wirst stecken bleiben! Die Straße ist völlig eingeschneit! Du musst irgendwie einen Weg finden, den Schnee zu schmelzen! Ein Catapult Truck, großartig! Ja, wir haben es geschafft! Massimo, gibst du uns bitte die Mütze und den Schal für den Kleinen? Seid vorsichtig, ihr zwei! Die Straße ist völlig vereist! Wir brauchen noch eine Verwandlung! Ja! Super Sau-Knapp Truck! Lasst uns die Kinder retten! Oh nein, jetzt ist allen Kindern kalt! Super Truck, wir müssen sie schnell anziehen! Aber wie machen wir das? Der ST3000 ist die Lösung! Wow, du hast Amber geklont? Jetzt können wir die Kinder doppelt so schnell anziehen! Ja, wir haben es geschafft! Den Kindern ist wieder warm! Bitte schön, neuer Schneefreund! Frohe Weihnachten, Freunde! Tschüss. Tschüss! 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 Tschüss, geschieht!